Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem genühten Video auf meinem Kanal Diologi und heute den Fortnite Adventskalender mit 24 geilen Figuren. Jo, die Anordnung sehen wir gleich. Finde ich persönlich echt scheiße. Ähm, wahrscheinlich die, die Figuren herstellen, die den Kalender hergestellt haben. Oder irgendwie sowas. Hier steht nix besonderes drauf. Fortnite. Fortnite. Anleitung. Fortnite. Und, ja, es wird nicht lang schnacken. Wir machen das Ding mal Fax auf. So, da haben wir den Kalender auch schon. Hier, Fortnite, nix. Hier sind Charlie und Weihnachtsskin. Kommt mir jetzt nicht auf den Namen. Aber wir machen es einfach mal auf. Hier schon Lebkuchen. In verbrannter Version. Ich habe Drift, wollte ich Drift sagen, aber es ist, glaube ich, Raisingfrau irgendwas mit R, glaube ich. Jo, auf jeden Fall, das ist der Kalender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 24. Ähm, die Verarbeitung finde ich sehr schlecht. Ja, aber man kann nicht alles kriegen. Aber für 35 Euro die Verarbeitung. Na ja, kann man sehen, wie man will. Freunde von mir meinten, eine Figur, in jedem Kästchen ist eine Figur drin, was auch so ist, aber die Figur soll angeblich eine 8 Euro kosten. Ich weiß es nicht. Ich kann mich ja nochmal erkundigen. Ähm, ja. Genau. Hier ist eigentlich sonst nichts mehr Besonderes. Finde ich blöd, dass... Wisst ihr, was ich mir richtig geil gefunden hätte? Wäre der nochmal größer. Und wäre in der 24, wäre die so in der Mitte, die wäre, dass es eine große Pop-Up-Figur wäre, die nur in dem Kalender wäre. Oder die Mighty Pickaxe, habe ich auch nicht mehr bekommen, weil es angeblich keine mehr gab. Beziehungsweise, was heißt angeblich, gab es ja nur einen GameStop und es gibt nur einen GameStop in Magdeburg. Finde ich echt scheiße. Aber ich habe mir den trotzdem gekauft. Das heißt, 24 Tage Daily Upload. Auch wenn nur kurze Videos, aber zack, 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 zack. Jeden Tag eine Figur. Ich würde sagen, wir machen die 1 auf. Ich weiß selber nicht, welche Figur drin ist. Du musst es hier so reindrücken. Und aufreißen. Und da kommt doch schon der Nussknacker zum Vorschein. Oh, da guckt die 2 schon rüber. Die drücken wir mal ganz schnell wieder rüber. Ähm, ich mache die kurz auf und dann zeige ich euch die noch nicht auf den Namen. So, das ist die Pop-Up-Figur. Fokus, please. Brauchst nicht fokussen. Hallo, Fokus. Warte. Ach, egal, Leute. Auf jeden Fall steht hier nur eigentlich... ...watt. Okay, kann ich es lesen. Man kann den Kopf auch drehen. Ja, halt Nussknacker, ne? Die typischen Pop-Up-Figuren. Großer Kopf, kleiner Körper. Finde ich relativ cool. Ich zeige euch mal kurz, wo ich jeden Tag jetzt die Figuren hinstelle. So, da stelle ich jetzt jeden Tag eine Fortnite-Figur wieder mit hin. Und dann hole ich mir noch große Pop-Up-Figuren, die ich da hinterstellen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann bewertet es doch mit dem Daumen nach oben. Verprügelt den Like-Button, bis er blau wird. Und richtig, richtig schöne Farbe. Hashtag abonnieren. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Denk dran, support ist kein Moin. Ciao.